Kann man ja nicht alles haben. Oh, schon wieder so ein Quest-Dude. Jetzt ist aber, jetzt ist aber... Kommt da jetzt bei jedem Gebäude ein Quest-Dude daher oder was? Ja, ich schau mal, was der hier anzubieten hat. Psst, psst, hier drüben. Ich besitze das, wovon jeder träumt. Sieben Meilen Stiefel. Wenn du alle Felsen einsammelst, die auf dem Weg zu meinem Haus liegen, kannst du sie haben. Aha. Ich hab so das Gefühl, dieses Easter Egg sollte eigentlich in der alten Welt stattfinden. Aber okay, wir sammeln jetzt mal hier Dingens auf. Auf dem Weg. Okay, wir brauchen... Alter, da ist ein Dickie. Oi, oi, oi. Oh, ah, das sind diese Felsbrocken. Okay, sieben brauchen wir von denen. Eins, zwei, drei. Na, zwei erst. Oh ja, okay. Drei, vier. Ach du Scheiße, wie geil ist denn das? Fünf, sechs und einer noch. Komm, hier ins Eck. Ja, hier sind sie. Der schwebt überhaupt? Habt ihr gesehen? Der hat sogar unter sich einen Schatten. Ja, der schwebt. Okay, und jetzt muss ich die Steine wieder zurück tragen. So gut wie der kleine Däumling. Hier hast du sie. Du wirst der schnellste Mensch der Welt sein. Faster running. Oh, oh, oh. Yay. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen zu weird. Das ist mir... Alter, das ist ja... Ui, 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 ui. Das ist so forestrun. Alter, Alter bin ich unterwegs. Das ist sofort so... Wo, ui, 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 ui. Schüms. Ja, ui. Uff. Ei, 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 ei. Wie, wie, wie. Geil, das ist richtig Quake. Alter, wow. Alter, mega weird. Aber ist geil. Okay, das ist ein cooles Easter Egg. weil ich hier so seitlich ich warte nur bis irgendwann pvb hier kommt alter ich warte nur bis wir uns hier gegenseitig die schädel ein klopfen können die multiplayer in dem wir hier im rest der motor unsere welt laufen meint ihr so was kommt noch schaut mal das ist okay das ist auch trippie leute ich muss das mal in der stadt versuchen so wenn man viele dinge sieht so zum beispiel dann so